Das ist das Schleuselbecken hier vor mir, da darf ich nicht zu nahe ran, sonst schlagen die da oben Alarm am Kraftwerk. Jetzt kommt noch etwas Mondscheinromantik auf. Servus zusammen. Ich habe mich gestern auf einen 26,3 Kilometer langen Fußmarsch mit Fotoausrüstung begeben. Eine Fotowanderung im Jänner bei strahlendem Sonnenschein. Es war ein absolut herrlicher Tag. Bevor wir jetzt aber in dieses Video einsteigen, möchte ich die rund 60% meiner Zuseherinnen und Zuseher, die noch keine Abonnenten sind, einladen, das jetzt zu ändern. Also liebe 60%, drückt den Abo-Button, aktiviert die Glocke, dann versäumt ihr auch zukünftig keines meiner Videos mehr. Darüber hinaus unterstützt ihr diesen Kanal ein bisschen und wir können in Zukunft hier intensiver in den Austausch gehen. So, jetzt aber genug der Vorrede, steigen wir ein in die große Fotowanderung an diesem Jännernachmittag. Viel Spaß dabei! Ja, hier der erste Eindruck von mir live von der Wanderung, also nicht live, aber jetzt eben direkt in der Wanderung. Rucksack ist viel zu schwer, aber ich habe natürlich auch einiges am Trinken. Mit Kamera habe ich nur die 24-70mm an der Z6 dabei zum Fotografieren. Bin jetzt noch in einer sehr stark verkehrsmäßig frequentierten Gegend unterwegs. Hoffe, dass das dann bald mal besser wird. Auch die Radfahrer kommen immer wieder entgegen, ist ein wunderbarer Jännertag. Viel zu warm, habe nur die Softshelljagd gern. Mal schauen, wie es mir geht. 2,1 Kilometer gerade die Distanz. Also, ich habe noch einiges vor mir. Jetzt wird gegangen, Licht vom Fotografieren her, ohnehin aktuell unbrauchbar. Schauen wir mal, was uns vor die Linse kommt. So, erste kleine Rast, bisschen weg von der Straße. Da hinter mir könnt ihr den mittlerweile sehr, sehr groß gewachsenen Container-Terminal des Enns-Hafens sehen. Und ja, der ist in den letzten Jahren angewachsen, zumindest zum größten Container-Terminal in Oberösterreich. Ich glaube, er ist mittlerweile auch einer der größten in ganz Österreich und auch einer der relativ bedeutendsten hier, was die Binnenschifffahrt an der Donau betrifft, mit Anschluss hinten eben an den Eisenbahnverkehr. Bringt natürlich enorme Wirtschaftsleistung in die Region. Ein sehr, sehr gutes Steueraufkommen hier, auch für die Kommunen rundherum. Aber das Problem ist, da hinten könnt ihr Mauthausen sehen, meinen Heimatort. Also heute mal von der anderen Seite. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Lärmemissionen von diesem Hafen. Wollt ihr euch einfach hier mal einen Eindruck geben? Ich gehe jetzt dann weiter in diese Richtung, denn ich habe noch einige Kilometer vor mir. Von hier, ja, zahlt sich ein Foto jetzt nicht wirklich aus. Vielleicht erreiche ich noch eine Position, wo ein Foto Sinn macht. Generell habe ich mir aber zuvor schon gedacht, wie ich hier hergekommen bin. Dieses Hafengelände hier des Enser Hafens, also hier mündet praktisch der Fluss Ens in die Donau. Dieses Hafengebiet oder Hafengelände zahlt sich in jedem Fall mal aus zu fotografieren. Da hinten fliegen zwei Schwäne rüber. Ja, wollt euch nur mal einen Eindruck von hier geben. Für mich geht es jetzt weiter in diese Richtung. Ich muss sagen, diese Wanderung entpuppt sich immer mehr. Ja, auch als eine Art Location Scouting. Unter mir könnt ihr jetzt das andere Ende des Ens Hafens sehen. Da fließt eben dann die Ens in Richtung Donau. Da hinten auf den Hügeln Mauthausen. Aber generell stelle ich mir vor, in der Nacht, wenn es finster ist und die Lichter hier richtig schön leuchten, dann bieten sich hier doch einige ganz, ganz interessante Motive an. Natürlich industrieller Natur, aber das kann ja auch sehr spannend sein. Ich bin hier jetzt auf so eine Stiege heraufgegangen. Nehmen wir diese Eindrücke auf jeden Fall mit. Da unten geht nämlich der offizielle Donau-Radweg vorbei. Hinter mir könnt ihr die Umfahrungsstraße Ens hören und wahrscheinlich auch ein bisschen sehen. Aber einige Plätze nehme ich mir hier schon mal mit. Foto mache ich mir jetzt hier noch keines. Aber da ich ja glücklicher Besitzer eines E-Bikes bin, ist das relativ rasch erreichbar und auch unkompliziert erreichbar. Das heißt, hier werden wir sicher in nächster Zeit mal die ein oder andere Fototour machen in den Ens Hafen. Wundervoller Ausblick hier, wundervoll in Anführungszeichen, interessanter Ausblick. So, mal schauen, bei wie vielen Kilometern ich gerade bin. Ja, gerade einmal noch nicht ganz sechs Kilometer, das heißt, 20 habe ich ja noch vor mir. Noch geht es mir gut, Rucksack ist nicht zu schwer, aber in nächster Gelegenheit werde ich mal eine Trinkpause machen, damit die Schultern etwas entlastet werden. So, weiter geht's. Ich habe ja keine Ahnung, ob ich hier jetzt richtig bin, aber es ist der einzige Weg. Die Alternative wäre gewesen der Radweg. Der geht aber weiter rein Richtung Ens. Das will ich mir sparen. Und die Wander-App sagt, hier über das Wasser. Ich spucke schon beim Reden. Da der Ens Hafen, über mir so ein unförmiges Konstrukt, das den heiligen Florian darstellen soll. Da ist ja angeblich hier irgendwo mit Steinen an den Füßen ins Wasser geworfen worden. So, also hier nochmal der Blick in Ens Hafen. Ich gehe in diese Richtung weiter. Die Ens, natürlich die Grenze, das heißt, ich begebe mich jetzt wieder von Niederösterreich nach Oberösterreich. Durchquere also zu Fuß hier die Bundesländer. Da die Schnellbahnlinie Richtung Wien. Westbahnlinie, sehr, sehr gut ausgebaut. Traumhaft. So, weiter geht's. Mittlerweile wird das hier ein bisschen zur Durchschlageübung. Vorher bin ich da drüben gegangen. Da war jetzt aber der Weg aus. Dachte ich mir schon, dass das nicht so offiziell ist. Jetzt habe ich hier die Straßenseite gewechselt. Muss jetzt mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich bin definitiv über der Ens drüber. Da kommt aber, was kommt hier? Straße oder Wasser? Straße. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Puh, das dachte ich schon, ich muss den Weg zurücklaufen. Werdet schauen, dass ich irgendwie da runterkomme und dann geht es sicher weiter hier. Muss ich euch etwas zeigen. Ich liebe ja das an Zervantatouren, wenn man im Umkreis seines eigenen Umfeldes komplett neue Seiten entdeckt. Ihr könnt sehen, da hinten Ennshafen, da hinten Straße und hier Ziegen, Hühner, Landwirtschaft. Mitten im Industriegebiet. Ist das nicht herrlich? Ja, hallo ihr Süßen. Leider habe ich nichts für euch zum Futtern mit. Aber, ihr habt mir eine schöne Freude gemacht am Weg. Sieht fast aus wie ein Lost Place. Wunderbar, wunderbar. Die Sonne steht schon relativ tief. Es ist jetzt von der Uhrzeit 15.30 Uhr. Da führt mich mein Weg in Richtung Donau. Ich bin wieder absolut richtig. Da hinter mir. Könnt ihr schön langsam den Ennshafen in der Ferne verschwinden hören. Und es wird ruhiger. Ah, traumhaft. Wir haben heute den 7. Jänner. Ich glaube es ist der 7. Jänner. Und es ist eine absolute Frühlingswanderung. Ja, das Wetter spielt schon verrückt. So, jetzt wird dann die Sonne untergehen und mal schauen. Tut mir auch leid, dass es heute mit den Fotos etwas dauert. Aber, es geht ja auch ein bisschen um die Bewegung, um die Fitness. Und das ein oder andere Bild werden wir sicher noch mitnehmen. Ja, gerade noch darüber gesprochen, dass ich noch kein Bild gemacht habe. Da habe ich mich umgedreht. Da hat mir einfach die Lichtstimmung mit diesen Industriegebäuden da hinten ganz gut gefallen. Und habe mir ein Foto gemacht. Habe dabei auch etwas getrunken. Muss man natürlich ständig machen. Lass euch jetzt einfach mal kurz in die Kamera schauen. Und dann blende ich euch das erste Bild ein. Das ist jetzt also diese weitwinkelige Szenerie von hinten. Der Enzhafen, also wie ich mich eben vom Enzhafen entferne. Und ich begebe mich hier so ein bisschen seitlich in die Straße, an den Straßenrand. Gebe dem Himmel ein bisschen Platz. Ja, ungefähr so. Das Bild lebt natürlich von seiner Lichtstimmung und nicht vom Motiv. Aber, damit haben wir einfach mal unser erstes Bild im Kasten. Ja, und wie in meinen Videos ja schon bekannt, gibt es auch immer ein bisschen regionale Geschichte. Dazu, wir befinden uns hier nämlich auf dem sogenannten Rommelweg. Obwohl, wenn ich mich hier so umsehe, ich hoffe, ihr könnt das hier erkennen, die ganzen Maulwurfshügeln hier. Schaut eher aus, oder Wühlmäuse, keine Ahnung was das war. Schaut eher aus, wie wenn es der Maulwurfsweg wäre. Ja, hier ist dargestellt, wie Enz zu seinem Namen kam, die Stadt Enz, nämlich vom Namen, den Namen hat der Fluss gegeben. Und der Fluss hatte ursprünglich den keltischen Namen Anisa. Das heißt, so viel wie der eilende Sumpffluss, wurde dann später von den Römern zu Anisus, später Anasus, Anisis, Enesis, Ensis, Ensis, Ense umgeformt. Und seit dem 19. Jahrhundert ist die Schreibweise eben Enz. Eine der ältesten Städte Österreichs. Auch wenn hier wieder behauptet wird, es wäre die älteste Stadt Österreichs. Das ist unter Historikern, aber nicht eindeutig erwiesen und auch umstritten. Macht nichts, schön ist es trotzdem. So, weiter geht's. So viel zur Geschichte des Pfades, auf dem ich hier wandle, auf den Fußspuren der Kelten und Römer sozusagen. Der eilende Sumpffluss, muss ich mir merken. Eilender Sumpffluss. Geschichte, Landschaft und Fotografie. Kurzer Blick hier auf diesen kleinen Nebenarm. Hinten versinkt die Sonne. Nichts Fotogenes, aber trotzdem schön. Entschuldigung, wenn ich mich manchmal etwas drehe. Weiter geht's. So, ich bin jetzt wieder an der Donau angekommen. Das ist aber nicht der Grund, warum ich mich von hier melde. Ich möchte jetzt euch eine kleine Merkaufgabe geben. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, neben diesen wundervollen Spiegelungen der Bäume da hinten, nehme ich mir dann auch noch gleich ein Foto mit. Könnt ihr da hinten einen Kiesstrand sehen. Wenn ich mich jetzt hier drehe, da unten, ist auch noch mal ein Kiesstrand. Das sind die Kiesstrände, die ihr immer wieder mal in meinen Videos gesehen habt, wenn ich in der Au bei mir zu Hause unterwegs bin. Aktuell, und jetzt kommt die Denkaufgabe, seht mich an, wie ich aussehe. Es ist gerade Sonnenuntergang, das heißt, es wird langsam dunkel. Bin ich bei 8,96 Kilometer. Ich werde da drüben dann vorbeikommen. Da müsste ich dann ungefähr 10 Kilometer mehr am Dacho haben. Also 18, 19, vielleicht 20 Kilometer. Ich hoffe, dass ich dann noch immer so aussehe wie jetzt. Natürlich wird das Bild schlechter sein, weil es dunkler ist. Aber von da drüben möchte ich mich dann auch wieder melden. Vorher natürlich auch, aber einfach jetzt so das Vorher- und dann das Nachher-Bild. Nehme ich mir die Spiegelung da mit. Ich glaube, die Sonne steht gerade günstig. Schauen wir kurz durch die Kamera. Hier also dieser kurze Blick durch die Kamera. Einfaches Bild. Ich nehme die Bildmitte genau bei der Spiegelung. Und was Sie hier sehen können, ist, dass sich nicht nur die Bäume spiegeln, sondern auch der Himmel mit dieser schönen Wolke, die dann so leicht aus dem linken Drittel des Bildes zur Mitte hin verläuft. Also die Wolke oben und unten gespiegelt, die Bäume gespiegelt. Könnte man jetzt so. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Geschmackssache. Ungefähr so nehme ich mir hier dieses Foto mit. Musik Da ganz hinten, wo die Donau endet, da ist das Kraftwerk Abwinden Asten. Ich bin auf der Astner Seite. Das heißt, das ist meine Überquerungsmöglichkeit für die Donau. Da hinten geht die Sonne unter. Schon langsam wird es kühler. Haube habe ich mit. Handschuhe leider nicht. Aber seht euch mal an, wie da hinten jetzt die Sonne, das Donauufer in wunderschöne goldene Farben taucht. herrlich. Mit diesen Sonnenuntergangsbildern möchte ich euch einen kurzen Lagebericht geben, da ich jetzt genau die 10 Kilometer habe. Fühle mich gut, fühle mich fit, schmerzfrei bisher. Wisst ihr ja, ich hatte eine Achillessehnenverletzung im letzten Jahr. Ja, die ist noch nicht ganz ausgeheilt, aber funktioniert soweit. Aber wie gesagt, 10 Kilometer. Ich habe noch nicht mal die Hälfte. Aber ich nehme euch einfach mit auf meine Wandertour hier. Und wenn es dann schmerzhaft wird, werdet ihr natürlich auch dabei sein. Also weiter geht's. Dieses Gehen, wenn es dann so richtig ruhig wird, hat schon was Meditatives. Das möchte ich eben mehr machen. Dadurch auch meine Kondition ausbauen, um eben dann in der wärmeren Jahreszeit durchaus auch mal die eine oder andere Mehrtagestour. in den Bergen zu machen, ist natürlich noch mal ganz was anderes, als das Gehen hier in der Ebene. Aber jetzt geht es mal darum, bessere Grundkondition aufzubauen. Seht euch mal das Abendrodern, beziehungsweise die leuchtenden Wolken. Da längst so klare Sicht hatten wir schon lange nicht mehr. Da hinten, das werdet ihr im Weitwinkel nicht sehen, habe ich einen schönen Blick auf die Berge, unter anderem auf das Tote Gebirge, wo ich in meinem letzten Outdoor-Video war. Verlenke ich euch da oben, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Schaut da mal rein. Ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Ja, Leute, schon langsam füllt mich die Dunkelheit ein. Das iPhone, ich filme heute bis hierher alles mit dem iPhone. Hat das Licht eingeschaltet. Das Abendrod ist sensationell. Der Auwald erwacht schon langsam. Und ich, beziehungsweise wir, nähern uns schön langsam dem Kraftwerk, wo wir dann über die Donau kommen. Und beim Kraftwerk, wenn ich mich nicht irre, habe ich ungefähr die Hälfte der Strecke. Kondition passt noch. Füße spüre ich langsam, aber das ist normal. Keine Probleme. Prinzipiell gäbe es hier schon das ein oder andere Fotomotiv. Aber ich muss natürlich auch ein bisschen Wetter machen, um nicht allzu spät nach Hause zu kommen, denn der Rückweg durch die Donau auf der nördlichen Donauuferseite wird ohnehin in der Dunkelheit passieren müssen mit Stirnlampe. Aber das werdet ihr alles mitbekommen, wenn ihr dranbleibt. Ich hoffe, der Autofokus stellt scharf. Ich beleuchte mich hier mit meiner Stirnlampe. Ich bin jetzt hier am Kraftwerk angekommen. Aktuell Kilometer 14,4. Das heißt, von jetzt weg geht es an den Rückweg ungefähr noch 12 Kilometer. Ich habe da vorne beim Kraftwerk habe ich noch ein Motiv, das ich mir dann unbedingt hier mit euch ansehen möchte. Werde ab jetzt auch mit der Nikon Z6 filmen. Hab da das 35 mm aufgegeben mit einer maximalen Offenblende von 1,8. Einfach um noch ein bisschen Bildqualität zustande zu bringen. Vom Wetter her, es wird langsam kühler. Ihr könnt sehen, ich habe die Mütze aufgezogen. Handschuhe habe ich leider nicht eingepackt. Ich wollte Gewicht sparen. Also, ich habe dadurch, glaube ich, 6 Gramm gespart oder irgend sowas. Gut, werde ich die Fingern einstecken oder eben mit kalten Fingern weiter wandern. Ich habe aber Glück, was das Wetter betrifft, nämlich es ist Vollmond und der Vollmond ist jetzt da hinten aufgegangen und der wird mir natürlich bei meinem Rückmarsch durch den Auwald, wo es ja durchaus dunkel ist, ein bisschen Licht spenden. So hoffe ich zumindest. So, jetzt geht es da ein Stückchen weiter Strom aufwärts entlang meines Weges und dort sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir gemeinsam hier ein Foto vom Kraftwerk mitnehmen. So, ich hoffe ich bin im Bild und der Fokus trifft mich halbwegs. Ich möchte mir eben hier vom Kraftwerk jetzt so Bilder von den Lichtern machen. 35 Millimeter Bildaufbau, so wie ihr es jetzt hier sehen könnt. Diese Kante hier, das ist das Schleusenbecken hier vor mir, da darf ich nicht zu nahe ran, sonst schlagen die da oben Alarm am Kraftwerk. Das möchte ich als Führungslinie unten nehmen. Da hinten die Laternen, werde mit geschlossener Blende fotografieren, ungefähr mit Blende 11 oder 13. Muss ich erst schauen, was sich mit der Belichtungszeit so ausgeht, damit ich eben schöne Blendensterne bekomme. Das Schöne ist, wenn man bei Vollmond fotografiert, hat man fast die ganze Nacht blaue Stunde. Jetzt ist noch ein bisschen Restblaue Stunde, ich mache mir jetzt mal hier, so wie ihr das hier sehen könnt, mein Foto und dann schaue ich noch ein bisschen weiter. Spiegelung ist auch ganz interessant, wenn ich in diese Richtung blicke, mal schauen, vielleicht finde ich noch ein anderes Motiv. Das Bild wird jetzt schon irrsinnig verrauscht sein, ich filme mit ISO 40.000, aber da vorne, da könnt ihr so Holzstempen sehen und die führen mir da in die Tiefe, ich weiß gar nicht, welche Funktion die genau haben. Im Hintergrund das Kraftwerk und da möchte ich mir jetzt ungefähr so, wie ihr das hier sehen könnt, ein Foto machen. Rechts neben mir treiben die Schwäne herum Ich hoffe, die warten jetzt nicht auf Fütterung. Ich mache mir jetzt hier schnell mein Foto und blende euch dann die Bilder von hier vom Kraftwerk ein. So, meine Lieben, im Hintergrund und schwer zu erkennen, bin ich jetzt an der Bundesstraße B3, Kraftwerkabwendenasten überquert. Diese Gegend hier kennen wir aus meinen Videos schon sehr gut. Ist, glaube ich, für die nächste Zeit, für längere Zeit die letzte größere Lichtquelle. Jetzt geht es nämlich durch den Auwald entlang der Donau zurück in Richtung Heimat. Ich habe noch so 10, 11 Kilometer ungefähr vor mir. Mal schauen. Körperliche Verfassung nach wie vor sehr, sehr gut. Aber, jetzt geht es in die Au. Kommt noch mit. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass die Sicht halbwegs passt. Vollmond wäre und ich habe ein Licht auf der Stirn. Verpflegung muss auch sein. Jetzt geht es weiter. Auch der Biber ist nach wie vor sehr fleißig. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ich habe versucht, die Stirnlampe jetzt etwas runter zu drücken, da ich mich jetzt hier bei uns in den Auwäldern befinde, ist ja durchaus auch Wildschweingebiet, mache ich mich immer wieder bemerkbar. Das heißt, zu alle 100, 200 Meter klatsche ich mal in die Hände. Einfach nur, um die Tiere nicht zu erschrecken, denn prinzipiell sind Wildschweine ja nicht auf Menschenjagd, sondern nur, wenn sie sich in die Hänge gedrängt fühlen. So habe ich das zumindest mal bei YouTube-Videos gesehen, wo eben Empfehlungen abgegeben werden, wenn man durch den Wald geht und ich bin sowieso hier auf dem offiziellen Wanderweg, aber trotzdem mache ich mich gerne bemerkbar, denn ich will ja die Tiere nicht erschrecken und gerade hier so neben mir, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, da gibt es durchaus den ein oder anderen Wildpfad hinein. So, wo befinde ich mich? Wie sehe ich aus? Ich müsste jetzt jederzeit in den nächsten Minuten zum Kiesstrand mitkommen, den wir zuvor gegenüber gesehen haben. Da stelle ich jetzt meine Stirnlampe wieder mal ein bisschen auf geradeaus, dass ich mehr sehe, wo ich hingehe und hole euch dann gleich dazu, wenn wir den Strand sehen. da ist ja der Kiesstrand und da drüben gegenüberliegendes Ufer. Mal sehen, ob ich es noch etwas heller bekomme. Da bin ich zuvor gestanden. Ich schaue mal kurz nach, welchen Kilometerstand ich aktuell habe und melde mich dann gleich wieder. Also, meine Trekking-App sagt 19,9 Kilometer, das heißt knapp 20 Kilometer, seitdem ich von zu Hause weggegangen bin. Es ist jetzt drei Viertel sieben, also 18.45 Uhr. Ihr merkt es am Atem, es wird schon langsam kühl, aber herrlich. Ich fühle mich nach wie vor super fit. Müsste noch so um die sechs, sieben Kilometer jetzt bis nach Hause haben, aber beurteilt selbst, wie sehe ich aus, abgekämpft, wahrscheinlich natürlich ein bisschen angestrengter wie zuvor, aber es geht mir sehr gut, fühle mich körperlich fit, bin überrascht wie gut es mir geht, wahrscheinlich auch die kühle Temperatur und ich habe trotzdem laufend darauf geachtet, dass ich genügend trinke und zwischendurch mal auch etwas Nahrung zu mir nehme. So, gehen wir die restlichen Kilometer an, schauen wir, dass wir aus dem Wald rauskommen. So, meine Lieben, jetzt kommt noch, ich hoffe, ihr könnt mich sehen, jetzt kommt noch etwas Monschein-Romantik auf. Ich befinde mich hier an meinem liebsten Donaustrand hier im Augebiet der Donau. Herrlich, raumhafter Strand, überhängende Bäume und ihr könnt ihn jetzt noch nicht sehen, aber da oben hinter den Bergen, ah, hinter den Bergen, da oben hinter den Bäumen, da versteckt sich der Mond und ich werde jetzt gleich dann mit euch vor auf diese Steinschlichtung gehen und werde mir mit euch hier noch einen letzten Bildaufbau anschauen, wo wir eben den Mond in die Mitte nehmen und so eine schöne Strandaufnahme machen. Langzeitbelichtung natürlich, weil es dunkel ist, ein bisschen die Blende geschlossen, damit ich einen Blendenstern beim Mond zustande bringe. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach durch die Kamera an. Das Bild dazu gibt es dann am Ende und ich nehme euch jetzt noch mit auf die letzten, ja, ungefähr 5, 6 Kilometer, die ich noch habe bis nach Hause. So, das jetzt in aller Kürze der Bildaufbau oben in der Mitte des Bildes könnt ihr den Mondscheinen sehen und da längst, ich versuche das mal irgendwie, ach so, da ist eben dieser Kiesstrand, er zieht sich da nach vor. Ja, ich möchte mit der geschlossenen Blende hier ein Foto machen, einfach, um eventuell auch den Mond als Blendenstern darstellen zu können. Was man nicht unterschätzen darf, ist, immer wenn Vollmond ist, hat man mehr Licht im Dunkeln als man glaubt. So, das Bild gibt es aber erst am Ende des Videos. Man sieht teilweise die Augen im Wald funkeln, kann man eigentlich, soweit ich das weiß, nach den Farben unterscheiden. Ich habe jetzt zwei Augenpaare weiße gesehen, ich schätze mal, wird irgendein Wild gewesen sein. Leute, wir nähern uns der Heimat. Da hinten liegt der Ortskern von Mauthausen. Auf geht's, letzten Wetter. Unser Gemeindeamt, letzte Abbiegung, zielgerade, Richtung Zuhause. So, ich biege in die Zielgerade. 26,2 Kilometer hat der Tracker angezeigt. Ich war circa sechseinhalb Stunden unterwegs. Herrlich. War auf jeden Fall sehr erfolgreich. Jetzt zum Schluss habe ich die Beine schon etwas gespürt, vor allem auch den Rücken. Bleib hier mal unter der Laterne stehen. hat aber vor allem auch damit zu tun, dass ich den Rucksack mit dabei hatte. So, jetzt am Ende gibt es noch die restlichen Bilder. Mich hat es sehr gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt. Wenn euch das wieder gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. Abo dalassen, Glocke nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe und bleibt gesund. Ciao. Tschüss.